Weiter hier vorne, wir ergreifen unsere Mörser, haben immer noch ein kleines bisschen Muni. Die könnten von hier hinten, da ist die Munition aller, einmal raus in die Etappe. Auch einmal zurück, wir haben kaum noch Muni. Jetzt will ich mich eigentlich mit in da oben vorarbeiten. Wir hatten hier zwei MGs, die sind halbwegs geschützt, das funktioniert. Das ist hier vorne, das ist getarnt. Das hat sich super gut getarnt und wir könnten auch ein paar neue Truppen uns wiederholen. Da können wir uns den Mörser wieder zurückholen und wir vorne an der karten Ecke sofort wieder einsetzen, frisch aufmunitioniert. Bevor wir den angreifen lassen, brauchen wir allerdings auch jede Menge Sicht hier oben. Und gucken mal, wir müssen in die Häuser rein, wir müssen ein Stück vorrücken mit unseren Leuten, anders geht's nicht. Die hier hinten, wir schnappen uns mal die hier. Wir müssen langsam von den Seiten ein Stück weiter vorrücken. Nehmen wir mal die hier. Natürliche Deckung gibt es hier eigentlich kaum, höchstens hier vorne. So bekommen wir Sicht. Ja, und man hat uns noch nicht wirklich enttarnt. Schnell mal ein paar Sandsäcke hin. Und mit den Mörsern versuchen wir Entsatz zu leisten, indem wir hier links drauf ballern. Das ist wichtig. Wir haben nur einen Mörser gerade drin. Der zweite ist in der Etappe zurück. Die müssen wir uns wieder zurückholen. Da ist er. Da ist der zweite Mörser. Der kann jetzt, wir haben Sicht bekommen, hier gleich wieder auf das Haus drauf ballern. Vielleicht auf das hier vorne, um Druck aufs zu üben. Haben wir die Soldaten hier vorne verloren? Ich hoffe das nicht. Ne, die sind eigentlich noch da. Hier hin. Wir können sogar ein Stück vorrücken jetzt mit den anderen. Wir können mit denen hier vorrücken. Mit denen können wir auch ein Stückchen vorrücken. Hier vorne rüber. Wie geht's den Mörsern? Hier von der Seite. Eine Flankengeschichte hier vorne hinsetzen und ein paar Schützengräben hier rüberziehen. Ein paar Schützengräben, ein paar Sandzwecke bitte. Mörserbeschuss hilft von hinten. Einmal hinten drauf. Mörser hier vorne hat schon wieder keine Munition. Zurück in die Etappe. Die schweren MGs helfen wir auch nicht, weil die zu weit hinten stehen. Die sollten wir auch nach vorne ziehen. Hier vorne haben wir da nichts zu tun. Hier bitte einmal hinlaufen. Den Robben. Jetzt ein bisschen schneller bitte. Was für einen Granatenwurf sind wir zu weit weg. Wir müssen hier oben dringend Hilfe machen. Wir müssen bis hier unten einmal drauf bannen. Die versuchen sich hier einzuschießen. Hier drauf bitte. Treffen. Ja, es ist Haus einmal getroffen. Immerhin. Wer von euch hat von den Neuen. Hat Mörderwoar 2 schon mal gespielt? Oder habt ihr das irgendwo schon mal gesehen? Und einen ersten Eindruck davon. Hier vorne, die bewegen sich auch langsam vor. Das ist aber das Traum, das wir uns nicht kümmern müssen eigentlich. Wir können nochmal Verstärkung holen. Wir können uns einen Mörser wieder zurückholen. Einmal hier hin. Nein, Mörser Einsatz bitte hier hin. Einmal hier drauf. Und dann, der Mörser hier vorne kann auch ballern. Das wird uns hier nicht vernünftig treffen. Ich frage mich mittlerweile, ob wir hier Rechtshilfe leisten sollten, weil die alleine nicht durchkommen. Scheint hier aber nicht unbedingt nötig zu sein. Hier drauf wieder. Wir brauchen den Krieg. Ja, die setzen sich hier hinter den Sandsäcken ein. Die sind auch zu weit weg, um eine Granate zu schmeißen. Wir könnten höchstens hier ein Stück vorlaufen, aber ich setze mal auf den Mörser. Könnten uns hier hinter setzen. Hier vorn hin eventuell. Mit ihnen hier. Ja, komm, machen wir. Oh, geht nicht, ne? Doch, hier hin. Einmal hier hin. Die anderen auch nach vorne. Wie geht's den Mörsern wieder? Ein bisschen Munition noch. Der hat noch sehr viel. Der hat kaum noch. Einmal zurück in die Etappe. Gut, eben setzen wir wieder offensiv ein. Ah, ich glaube, wir haben das Maschine hier sehr klein bekommen, ne? Wir helfen mal hier vorne. Versuchen mal, das Haus scheint zerstört worden zu sein. Im Moment, da können wir hier sogar schon vorrücken. Einmal hier drauf. Ähm, wir könnten uns, wir könnten uns, wir schauen mal, dass wir die schweren, die MGs sind zwar in der Theorie cool, aber gehen so schnell kaputt. Wir ziehen dir immer vor, hier hin. Den rücken wir vor und das zweite MG ist hier. Das hilft hier gar nicht. Hier einmal hin. Das ist nicht unriskant. Das wird gleich beschossen. Einmal sich wieder tarnen. Wir können den Mörser wieder einsetzen. Und jetzt lassen wir mal anfangen, die Mörser hier auf der rechten Seite einzusetzen. Ich glaube, von den Wegen her ist das egal. Wahrscheinlich, nee, der ist nicht egal. Kommt hier vorne raus. Dann bitte hier hin. Und einen Angriff auf. Hier müssen wir mal dringend vorrücken. Jetzt haben wir keine Sicht gerade. Wir rücken hier links mal vor. Überhaupt, die kann man keine Sicht auf mögliche Feinde. Hier haben wir Leute, die ziehen wir mal vor. Eine neue Aufgabe? Ja, bis hier hin. So, meine Freunde! Die ziehen wir vor bis... Es ist riskant, machen wir aber hier hin. Hier hängt er. Es scheint zu klappen. Dass das Haus ist, weil wir zerstört hatten. Jetzt haben wir Sicht hier vorne rein. Und kann eventuell Mörser gleich einsetzen. Ich weiß nicht genau, wo die hinballern. Wir laufen mit ein paar Leuten mit innen hier rein. Hier noch rüber. Einmal hier hin. Ja, hurra! Das finde ich auch. Links ist ein Fluss. Natürliche Grenze. Und es scheint so, als würden hier im Haus Leute sitzen. Wir ballern einmal auch auf das Haus drauf hier. Mit beiden. Von der linken Seite arbeiten wir uns vorher. Okay. Dann. Wie geht es unseren Mörsern? Der Mörser ist fit. Der ist knapp an Munition. Beide sind langsam knapp. Wir setzen die mal abwechslend ein. Wir schicken mal einen der beiden Mörser zurück in die Etappe. In die Etappe. Und hier vorne sind... Ja, hier sind ein paar... Ja, wir sollten eigentlich die Verbündeten unterstützen durch Achtelriebeschuss. Stattdessen machen wir unsere eigenen Ziele hier vorne. Das Haus hier muss dran glauben. Sonst kommen wir gar nicht durch. Der hat keine Muni mehr. Jetzt könnten... Können wir aber, glaube ich, eine der beiden Mörser zurückholen. Im Augenblick noch nicht. Die sind zu weit hinten. Die helfen gerade gar nichts. Jetzt ziehen wir bis hierhin vor. Hier hin. Hier haben wir mehrere zurück. Dann schicken wir mal hier rein. Jetzt ist ein Mörser wieder zur Verfügung. Hier unten geht es hin. Einmal bitte wieder hinsetzen. Da ist ein Mörser und mit ihm können wir jetzt hier oben für Entsatz sorgen. Wir schießen wieder... Ach, Schatten, die sind im Haus versteckt und hier vorne sind noch welche in einer... Wir schießen hier mal drauf. Auf die... Und hier vorne sind auch welche. Und eben ballern wir hier drauf. Oh, die kommen hier gefährlich dicht an unsere Leute. Die wollen uns hier flankieren. Wir müssen zurück. Hier vorne hin zurück. Also das ist jetzt echt eine knüffelige Situation. Können wir noch ein paar Leute vorziehen. Wir ziehen mal das MG vor. Das hilft... Doch, SSNG vorher schon. Klasse. Das hilft gerade massiv. Dann noch, wie geht es den Mörsern? Der Mörser kann weiter ballern. Der Mörser kann auch noch weiter ballen. Der hat keine Munition. Der geht zurück. Der Mörser kann hier vorne weiter helfen. Und schießt auf. Hier hinten drauf. Ja, und wir rücken langsam vor. Es funktioniert. Also die Zahnbewegung hier vorne klappt. Wir könnten noch mal einen Trupp, acht Terroristen oder Schützen vorziehen. Wie sieht es mit den Leuten hier vorne aus? Das MG hilft gerade gar nichts. Das kann nicht vollendem gar nichts. Das ziehen wir mal ein Stück weiter nach vorne hin. Hier hin. Ist riskant, machen wir. Aber und die, die hier in den Schützengräben drinstecken, die Zieger kommen etwa nach vorne hin. Hier hin. Und sagen wir bitte Sandsäcke hier einmal bauen. Von der Seite aus. Einer, zwei, ein oder zwei bleiben ja rechts, damit wir Sicht auf die Dinge haben. Wir können einen Mörser wieder einsetzen. Hier am Rand. Hier vorne sind wir. Wir öffnen jetzt wieder Feuer. Auf. So, wir versuchen die nicht, nicht doch, aber die aus dem Haus hier mal raussprengen können. Dann läuft das Haus drauf. Und der kann auch nur feuern. Und eben ballern wir auf. Auch auf das Haus oder wieder auf die hier. Auf den Schützengräben hier. Der wird immer wieder nachbemann. Ja. Oh, der... Oh Gott, ein Scheimklass. Ich habe gepennt. Unsere Leute, die da vorne lagen. Der Trupp ist komplett aufgerieben worden. Er ist flankiert worden. Ich habe gepennt. Die einmal komplett verloren, weil BB geträumt hat. Kann man nicht anders sagen, Herr. Das ist echt bitter. Jetzt müssen wir neue Soldaten rekrutieren. Äh, wir holen uns einen Trupp, acht Tilleristen. Hier hin. Oder einmal hier rein. Die Mörser. Der Mörser ist leer. Einmal zurück. Der Mörser hier hinten ist auch leer. Auch einmal zurück. Eine MG hier vorne. Eine MG hier hinten. Einmal tarnen, bitte. Ja, jetzt hatten wir echt blöde Verluste. Also die müssen wir jetzt irgendwie... Boah, das wird jetzt knifflig. Die müssen wir irgendwie ausgleichen hier. Die hier vorne halten Stand. Die wurden nicht flankiert. Und wir könnten versuchen, mit ihm links haben wir den Fluss als natürliche Grenze. In Stücken auch weiter vorrücken. Vielleicht hier hin. Mit zweien. Mit denen ziehen wir... Mit einem ziehen wir hier hin. Da sind wir etwas weniger kalkulierbar. Für die Leute, ne? Sind die Mörser wieder einsatzfähig? Ich vermute, dass ja... Ein Mörser hier vorne. Raus aus der Etappe. Und da ist er. Ja, zwei sind potenziell einsetzbar. Ist der andere auch schon einsetzbar? Einmal hier hin. Jetzt gucken wir mal, was wir hier angreifen. Wir könnten wieder einen Schützengraben einsetzen. Das Haus haben wir zerschossen, ne? Wunderbar. Das Haus hat dran glauben müssen. Hauen wir hier drauf. Und jetzt können wir ein Stück vorrücken. Beide Häuser. Ich glaube auch in dem Haus ist ja auch keiner drin. Wollen wir mal vorrücken? Wir haben noch ein paar Leute, die weiter hinten sind. Mit dem MG würde ich gerne weiter vorrücken. Hier hin sagen wir mal. Oder hier hin. Ne, hier haben wir zu wenig. Das ist ein schlechter Winkel. Hier hin. Neben das andere. Einmal tarnen bitte. Ein MG hier vorne. Was ist das Ziel? Woran schießen sie weiter? Hier rechts rein. Das ist okay. Das ebenfalls. Versuchen die zu erwischen. Ich setz mal das hier rein. Vorbeschuss. Dann fallen wir nur auf einer Stelle. Das allerdings ist mir zu unpräzise. Also die in dem Schützengraben, die sind schwer zu kriegen. Wir könnten auch Granaten werfen. Wir haben eine kleine Menge an Granaten dabei. Und die hier vorne, die haben eine super Position. Die hier hinten, die haben sich so weit zurückfallen lassen. Ach, die sind Neutrale. Das sind nicht unsere. Die ja. Die können vorrücken. Wir rücken mal bis hier hin schon mal vor. Hier ballern wir weiter. Dass wir die im Schützengraben ja nicht klein kriegen. Wir brauchen irgendwie einen Glückstreffer. Sie sind einfach zu gut geschützt vor Deckung. Vor Beschuss. Wir müssen vorrücken. Führt nix drum dran dran vorbei. Geht nicht anders. Aber hier noch Leute. Nein. Starbridge. Danke fürs erste Abo. Grüße an Starbridge. Danke dir. Wir müssen einfach nach vorne ziehen. Mit denen ziehen wir vor. Und stürmen lange mal. hier hin, in die Rückseite vom Haus. Ich höre mich, Herr Kommandier. Mit ihnen hier. Pechota. Vielleicht. Alles. Hier vorne einmal hin. Da können wir zwar nicht feuern, aber können weiter vorrücken. Haben auch Sicht auf die anderen. Und ich würde mich sogar trauen, hier links runter zu laufen. Mit denen jetzt hier. Die sind zu weit hinten. Die laufen bitte bis... Hier hinten hin. Einmal hier hin. Wie geht es unseren Mörsern? Ein bisschen Beschuss ist noch möglich. Einmal hier drauf. Auch einmal hier drauf. Können wir uns Verstärkung holen. Ja, wir könnten ein paar Schützen oder Artilleristen nochmal nachholen. Holen uns ein paar Artilleristen hier hin. Haben wir noch Truppen weiter hinten. Das ist der eine. Sicht der Dinge. Das ist soweit okay. Der gibt uns Sicht auf die rechte Flanke. Mit denen ziehen wir vor. Hier hin. Dann können wir die flankieren. Mit innen flankieren wir die von... Einmal hier hin. Das ist riskant. Jetzt geraten die schwer unter Deckung. Unter Beschuss. Wir könnten einen opfern, der eine Granate wirft. Wir nehmen einen von hier vorne. Hat er eine... Ne, das sind KI-Leute. Das sind nicht unsere. Hat einer von denen eine Granate? Antipersonen-Splitter-Granate. Ach, es ist auch so dran. Schaut mal, wir haben es geschafft. Dadurch, dass wir endlich vorgerückt sind und uns was getraut haben, haben wir es geschafft hier. Den Schützengraben, den sollten wir einnehmen. Wir retten mit den Leuten hier rein in den Schützengraben. Mit unseren Mörsern. Die Ballander-Schützengraben sind jetzt hier oben rein. Ja, mit dem Trupp hier vorne. Wir müssen die Maschinengewehre wieder weiter nach vorne hinsetzen. Einmal hier hin, bitte. Der Winkel ist scheiße. Einmal hier hin. Nee, dann schießt man auf die eigenen Leute. Einmal hier hin, bitte. Mit dem... Hier auf die Seite, falls von rechts sowas kommt. Oder so. Haben wir den Schützengraben hier besetzt? Nein, wir sind beim Vorrücken. Mussten wir dran glauben. Das ist ein mittlerer Schwierigkeitsgrad hier. Die hier vorne können wir vorziehen. Hier rein, bitte. Erstmal hier vorne hin an die Seite. Wie geht es unseren Mörsern? Munitionen aller. Hier vorne einmal Munitionen aller. Jetzt müssen wir erst mal warten. Wir können nur begrenzt Truppen wieder nachholen. Ja, hurra! Das ist immer... Ah, wir können neue Mörser einsetzen aus der zweiten Etage. Das ist gut. Ein Mörser hier hin. Die zweite Angriffswelle stellt uns auch Leute zur Verfügung mittlerweile. Wir sind eins weiter gekommen. Das war wichtig. Und der ist wieder fit. Ja, zwei stehen zur Verfügung. Und mit ihnen greifen wir jetzt aus größerer Entfernung hier rein. Die sollten wir erwischen. Einmal hier drauf. Der kann man sogar mit beiden drauf, finde ich. Da ist ein Einziger, der sich verschanzt hat. Mal mit beiden hier. Wunderbar, das hat zauberhaft geklappt. Sehr schön. Boah, das war so wichtig. Das war mega wichtig. Vorens. Da ist es. Ge Tucum. Vielen Dank.